Hallo zusammen, mein Name ist Luca Föhn, wir sind hier im Pfalzgrafenweiler, unserem Firmensitz und ich möchte euch heute meinen Job als Pre-Seller Fertigungsleitsysteme der HOMAG vorstellen. Kommt doch mal mit rein. Ja, als Pre-Seller bin ich umständig vom ersten Kundenkontakt über Angebotserstellung, über Vertragsverhaltung bis dann zur Übergabe zur Projektimplementierung. Typischer Arbeitsalltag ist eine gute Frage und ich würde sagen, das sind immer spannende Tage, die ganz unterschiedlich aussehen können. Also manchmal drei Kundenpräsentationen an einem Tag, manchmal haben wir eine Woche lang wirklich detaillierten, intensiven Workshop auch mit dem Kunden eine passende Lösung zu entwickeln. Was mich an der HOMAG-Gruppe begeistert, ist dieser positive Innovationsdrang. Also man will Gesamtlösungen weiterbringen, man wird dem Kunden Gesamtlösungen bieten können und wir als Fertigungsleitsystem sind dann natürlich ein zentrales Element. Und in dem Sinne auch immer ist der Drang, da sich weiterzuentwickeln, um schlussendlich ganz ganz simpel gesagt dem Kunden es zu ermöglichen, noch effizienter Teile zu produzieren und noch flexibler produzieren zu können. Du hast Lust auf coole Projekte? Dann bewirb dich jetzt bei uns! Es ist einfach ein geiler Job! Ich hoffe! Ich hoffe! Ich hoffe!